Am 3.04.23 wurde der Polizei Neuwied gegen 22.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B42 Kreuzung Dierdorfer Straße gemeldet. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Mercedes-Transporter mit vermutlich überholter Geschwindigkeit aus Richtung Bendorf kommend auf die rote Ampel zugefahren war. Hier rammte der Transporter zunächst einen wartenden Pkw und schob diesen in der Folge gegen weitere Fahrzeuge. Der Transporter stürzte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Insgesamt wurden neben dem Transporter vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Die drei zum Teil alkoholisierten Insassen des Transporters machten gegenüber der Polizei widersprüchliche Angaben darüber, wer den Transporter gefahren war. Durch unabhängige Zeugen wurde jedoch beobachtet, in welcher Reihenfolge die Personen aus dem Fahrzeug geklettert waren. Darüber hinaus wurde seitens der Polizei spurensichernde Maßnahmen an dem Fahrzeug und den Personen vorgenommen. Der mutmaßliche Fahrer des Transporters ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die B42 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten circa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017